Ein PUA, ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss, ist ein ganz spezielles Gremium, wird vom Landtag eingesetzt und dient der Aufklärung. Aufklärung von Dingen, die in aller Regel ziemlich schief gelaufen sind und die im öffentlichen Interesse sind. Derzeit haben wir im Landtag von Nordrhein-Westfalen drei PUAs, einmal zum Thema Kindesmissbrauch, einmal zum Thema Hochwasserkatastrophe und jetzt neu zum Thema Brückendesaster und Infrastrukturstau. Der PUA ist etwas ganz Besonderes, er hat sogar ein eigenes Gesetz. Es gibt hier in Nordrhein-Westfalen ein eigenes Untersuchungsausschussgesetz und das definiert klare Rollen und Aufgaben und wer darf was und wie läuft so ein PUA ab. Es hat Befugnisse quasi wie bei Gericht. Wir können Zeuginnen und Zeugen laden, wir können Gutachten verfassen, wir holen uns Akten ran, das heißt wir können das mitlesen, was in den Ministerien aufgeschrieben wurde, das ist schon sehr weitgehend und das ist wirklich sehr, sehr besonders. Ich habe eine Menge Parlamentserfahrung, bin jetzt schon über zehn Jahre hier Mitglied im Landtag, habe mehrere Untersuchungsausschüsse mitgemacht, sogar mal selber einen eingesetzt. Jetzt habe ich eine neue Rolle als Vorsitzender in dem neuesten Untersuchungsausschuss, den wir haben, dem PUA Brückendesaster und Infrastrukturstau. Ich freue mich drauf und werde mein Amt natürlich streng überparteilich ausüben und darauf achten, dass es im Ausschuss total fair zugeht.